Jo Leute und damit willkommen zurück zu Mist Survival. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja nochmal den Rest alles geplündert hatten und ich mal nur noch geschlafen haben. Wir rennen da jetzt ein Bär rum, was nicht so toll ist und die ist nur einläufig. Das Problem ist... Dummer Bär, ey. Wir haben ja gespeichert. Könnte ich aber eigentlich nochmal machen, sicherheitshalber. Die hier. Ich glaube, die Ammo davon ist dann egal, ne? Weil wenn er uns zu nahe kommt... Okay. Da hinten ist er. Sind das zwei? Da sind auch noch zwei. Äh. Ich würde das Ding hier auch noch mitnehmen. Also, den tun sie uns von da aus auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal sehr gut. Wir verziehen uns dann aber auch. Okay, weg hier. Bloß weg hier. Ach, du Kacke. Oh. Das sind die. Banditen. Das ist der Weg zu den Banditen. Okay. Ich geh mal noch ein bisschen hier lang. Uiuiui. Okay, nochmal speichern. Und weiter. Weg da. Bloß weg. Okay, wir sind hier jetzt. Äh. Was ist das? Was ist das? Weißt du, Haus? Ich muss schon sagen, hey. Nee, das ist ein normales Haus. Das weiße Haus war da hinten. Das war sie, weil ich, wo ich getestet habe. Hier nochmal ein bisschen rumgeguckt bin und ich bin hinten auf der anderen Seite gespawned irgendwo. Und, ja. Und da hatte ich mir das Weisau schon mal angeguckt. Und können da einfach so rein. Ohne Probleme. Machen wir dann jetzt auch mal. Und saveen uns, was da ist das. Nicht da. Da. Das ist schon mal sehr gut. Aber ein Banditen in der Nähe ist auch hier so. Hm. Hm. Ja. Okay. Dann mal Kanister. Was ich auf jeden Fall erstmal mach. Zack. Auf damit. Hier rein. Das Ding stellen wir hier rein. Tür zu. Zu damit. Und. Wir machen das erstmal zu unserem Shelter. Wie auch immer. Ups. So. Okay. Das Haus ist jetzt unsere Base. Sehr gut. Dann. Hier haben wir einen Kühlschrank, den wir nicht nutzen können. Was schade ist. Ich lasse mir die Plätze. Okay. Das ist alles leer, glaube ich. Hm. Das ist alles leer, 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 leer. Okay. Jetzt macht das Ding rein. Okay. Wie sieht's eigentlich aus? Hunger und Durst. Ja. Müssen plündern gehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall plündern. Wir haben so ein Quad. Wir haben einen Anhänger. Können wir auseinandernehmen mit der Axt. So wie es aussieht. Erstmal rumgucken, was wir hier noch so haben. Nehmen wir das Ding. Hier haben wir Feuerholz. Hier haben wir den Generator, der natürlich nicht betankt ist. Kann man da hoch? Nein. Kann man nicht. Okay. Hier ist bestimmt auch nichts drin. Doch. 4,45 Liter. Okay. So wollte ich gar nicht. Aha, so funktioniert das also. Okay. Okay, 8%. Wir machen ihn erstmal aus. Wir brauchen ihn erstmal nicht anhaben. Äh. Was haben wir hier? Carry. Carry. Können wir nicht so weit machen, ne? Hm. Und das Geile hier ist, wir nehmen hier nur Workbench. Wir nehmen hier einfach nur Workbench. Gears haben wir leider nicht gefunden, oder? Komm. Hier können wir Sachen rauflegen, aber das bringt ja nichts, ne? Was ist mit dir? Ich brauche den Platz. Was haben wir hier drin? Nix. 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 Ich will hier Sachen nicht rauflegen. Ich will den Platz anders nutzen. Einmal weg damit. Dann erstmal. Dann erst mal. Zack. Den packe ich. Und da hin. Kann man die aufeinander stapeln? Geht bestimmt, ne? Das geht. Sehr gut. Und dann kriegen wir hier ein paar mehr hin. Von den Kleinen. Zack. Tschüss. Dann haben wir noch eine Gasbottle. Hätten wir auch nichts zu nah, aber wir können hier Sachen verstauen. Beim Moven können wir das Ding schon mal nicht. Ja. Hier haben wir noch mehr Platz. Aber alles leer. Naja. Okay. Zack. Sehr gut. Platz. Aber wie gesagt, wir können hier Sachen rausschmeißen, dann können wir hier richtig ein ordentliches Lager drin bauen. Da hatten wir die Moni. Die Moni hatte ich hier drin eigentlich. Die packe ich mal. So. Nimm den Koch. Was ist eigentlich? Lass mal sehen. Bestimmt vom Boden damit. Genau so wie das Ding. Genau so wie das Ding. Carry. Ups. Okay. Moment. Kann ich noch ins Inventar nehmen und dann? What? Propan. Propan. Wir hatten eine Flasche gefunden. Wo haben wir die reingepackt? Weißt du das noch jemand? Nö, ne? War das vielleicht hier? Da haben wir sie. Propan. Sehr gut. Können wir das nämlich auch anmachen? Das wollte ich nicht. Äh. Ja, warum bewegst du dich so? Na toll. Ich nimm nochmal das auf. Dong. Carry. Ich muss da echt gerade noch mit klarkommen. Nebel. Nice. Na ja. Was mache ich da gerade eigentlich? Ich mache nur Blödsinn. Carry. Warum man das so umnehmen? Mann. Ich muss da erst echt noch mit klarkommen. Okay. Carry. Ah, okay. Jetzt bin ich rausgebuckt. Ehrlich. Really? Wie ist das denn passiert? Das war so ein Zimmer. Was ist das? Die Sachen können wir kaputt machen. Das können wir immer mitnehmen. Können wir Sachen einfach so reinpacken? Okay. Ja, bin ich eben rausgepackt. Zack, zack. Die können wir eigentlich hier reinpacken, oder? Wohl. Wohl. Wir können die woanders mehr gebrauchen als hier. So, wir haben alles zugemacht. Das ist auch nichts drin, aber das ist auch schön groß. Okay. Wir müssen langsam was essen. Unbedingt. Bevor wir uns da gleich weiter auffalten, würde ich jetzt mal aufs Essen suchen gehen, am besten. Was ist das? Können wir hier drauf grillen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Kann man die auch kaputt machen, oder so? Würde mich ja interessieren. Ich mache jetzt mal wieder zu. Gut. War, glaube ich, hier. Genau, wir hatten noch den einen. Essen brauchen wir auf jeden Fall. Trinken haben wir, aber wir brauchen kein Essen. Okay. Okay. Ja. Was ich dann erstmal mache. Rein damit. Rein damit. Das brauche ich auch erstmal da rein. Die brauche ich auch erstmal nicht. Die kann da rein. Das Geld brauche ich auch erstmal nicht. Ja. Dann müsste ich eigentlich erstmal... Den werde ich auch mitnehmen. Wird schon sein, dass wir ein Spiel haben. Eigentlich können wir das Ding nehmen. Äh. Andersrum. Mal drehen. Hier hin. Die Waffen. Waffen kann ich da reinpacken. Waffen kann ich da reinpacken. Und die Werkzeuge. Zumindest die Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Also, Moment. Die nehme ich mit. Weil wir die Munition dann brauchen. Das nehme ich jetzt aber mit. Oh. Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Okay. Okay. Zack. Zack, zack. Medizin müsste eigentlich mit denen zusammen. Ähm. Das. Die Cola hier. Ähm. Das. Die Cola hier. Die. Cola hier. Und why me? Dafür müssen wir Salz nochmal finden. Dann können wir uns die Bären holen. Dann können wir uns die Bären holen. Basic Wooden Error. Spare. Ja, nee. Okay. Nee, Gas. Flaschen. Kann nicht jemand mit draufpacken. Zack. Obwohl. Carry. Hier passen die doch gut rein. Ups, falsch. Ja. Okay, jetzt hängt sie auch nicht hinten runter. Dann packe ich die da noch mit rein. Okay. Die hier. Packe ich da auch mit rein. Schöne Sammlung. Die. Packe ich hier mit rein, weil die da nicht... Obwohl. Ne, hier reinpassen tun sie doch nicht. Obwohl. Hey. Können die nicht umkippen, ne? Nö, schade. Naja. Damit... Stromanschluss. Ups, falscher Knopf. Ich lerne es noch. Irgendwann. Oder auch nicht. So, die Tasche, die war leer. Aber ich frage mich immer noch. Warum driftet die denn so rum? Da nicht. Na dann. Einmal drehen. Dann nehmen wir den Koffer nämlich auch mit. Ah, mir fällt was ein. Ich hätte die Gaskämmer voll lassen sollen. Puh. Wir müssen da irgendwo Schläuche finden. Da habe ich das drin gehabt. Dann... Wo soll man hier mit rein? Diese Dinger, ne? Okay, jetzt mal hier. Ups. Da war halt nix drin. Hier ist generell nix drin gewesen, ne? Jetzt mal speichere ich. Dann nehmen wir die mit. Tür zu. Tür zu. Immer auf, nur mal sie hergehen. Da brauch ich halten. Die brauchen nämlich auch nicht aufbleiben. Ja, das geht nicht. Du kannst andocken, aber nicht hier. Hier war keiner, ne? Vorne hatten wir noch ein paar Autos. Könnten wir ja erstmal zuerst ausräumen. Eigentlich. Beziehungsweise wir gehen da vorne erstmal hin und dann gehen wir die ausräumen. Weil das immer noch weit genug von den Banditen entfernt. In der Regel sollten die hier nicht lang patrouillieren. In der Regel. Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich. So wie immer. Okay, was ich hier mal gucken kann. Geld. Immer gucken, ob irgendwo Geld rumliegt. Besonders da drin. So, was haben wir denn hier. Ein Teil fürs Auto. Das nehmen wir mit. Beziehungsweise was man auch immer damit machen kann. Das können wir nun mit dem Auto mitnehmen. Hier haben wir noch mehr. So, da haben wir noch mehr. Das sagt unser Hunger eigentlich. Okay. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ist keiner drin. Töller. Munition. Sehr gut. Munition können wir sehr viel gebrauchen. Viel später zumindest. Irgendwann, wenn wir so weit sind, können wir auch die Banditen wegschießen. Aber dann greifen die hier auch umso mehr an, oder? Das kann ich mitnehmen. Ist aber sonst nix. Okay. Okay, okay. Dann. Okay, ich gehe da durch. Tue ich das da rein. Die Sachen da. Und die Münzen kommen. Dann nehmen wir jetzt Autos. Und diese Sticks da. Ich weiß halt gar nicht, ob man die wirklich gebrauchen kann. Oder nicht. Naja. Gucken wir mal. Weiter geht's. Auf unsere kleinen Loot-Tour. Stick. Können wir später alles holen. Das holen wir uns später alles. Und ich speichere nochmal. Save the game. Ist immer sicher, ist sicher. Okay, das sind Bären. Ja, ne. Könnten wir essen, ja. Obwohl. Können wir gleich mal essen. So. War hier noch irgendwas drin? Munition. Natürlich. So was brauchen wir einen Schlauch. Glaube ich. Und da ist nix dran. Hier auch nicht. Und den können wir eh nicht rein. No. Nop, nop. Ich hätte zuhause mal unsere Karte, äh, unser Haus einfach mal markieren sollen, ne? Wo wir jetzt sind. Oh. Essen. Essen. Eat. Yum, 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 yum. 15 Uhr. Okay, da war nix weiter. Hm. Können wir uns vor reingehen? Hm, hm. Oh, noch ein Stift. Okay. Und da ist nix. Da haben wir noch ein Stift. Oh. Hm, noch eine Axt. Das war auch nix. Und es ist heiß, ne? Und da ist nix. Dann... Munition. Munitioner. Okay. Hm. Die Axt kann da rein. Die, die. Das. Und diese Sachen. Ist ja schon wieder fast voll, ey. Vielleicht hätte ich so einen Schrank mitnehmen sollen. Anstatt den da zu platzieren. Ups. Machen wir beim nächsten Mal. Aber wir sollten dann gucken, dass wir unsere eigenen Schränke bauen. Obwohl, wir nehmen extra einen eigenen Schrank. Pick up. Okay. Ich bin ja fast eine halbe Stunde oben. Hallo. Wann komme ich da nicht rein? Hm. Merkwürdig. Da gibt es hier eine Alpha-Wand über uns. Okay. Ja klar, warum nicht? Okay, Seile. Da ist nix. Da haben wir noch Rack. Ah, 16 Uhr. Noch können wir hier ein bisschen bleiben. Da haben wir noch was. Was das eben auch immer war. Da haben wir ja Reif. Achso. Kein Reifen. Noch ein Rack. Noch ein Rack. Junge, ey. Ist hier was drin? Nö. Nö, da liegt nix drauf. Da irgendwas drauf. Äh. Nö, hier ist auch nix. Erstmal bin ich auf den Turm da hoch. Das hat grad vorn. Mitnehmen. Ich glaub, wir machen uns echt gleich erstmal den Weg zurück. 100%. Oh, ein Gear. Ein Gear. Ab nach oben. Ich lass uns mal kurz ein bisschen laufen. Die Zeit hält an, wenn wir hoch... Nee. Okay. Nein. Nein. Was war das denn? Ben. Warum bin ich da denn runtergefallen? Mann. Na toll. Na gut. Und dann würde ich sagen, dann werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mist Survival. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Ja. Ma True. Ja. Ja. run es ist. Vielen Dank.